Kommissar Engelmann ermittelt, diesmal der Fall Bronsi. Da der Elektroladen vor vier Minuten um 18 Uhr pünktlich geschlossen hatte, sprang ich schwummt durch das Schaufenst. Hallo? Was ist los, Rosi? Sonst meldest du dich doch immer mit 32 16 8 Konjunktur die ganze Nacht. Um ihren Hals hatte jemand eine Gitarrenseite gewickelt und stramm gezogen. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.